hallo und herzlich willkommen zurück bei american truck simulator ja heute gibt es also gibt es jetzt eine kleine änderung und zwar folgendes was dieser dienst momentan wegen wort uns arbeiten oder belastung nicht verfügbar ach komm na ja gut dann normale aufträge und zwar gibt es eine änderung an mich ich werde die aufträge annehmen angebot läuft in einer stunde läuft ab in einer stunde dass das nicht so geil das ist ja nicht so geil ganz ehrlich dass es nicht so geil so da eugenia angefangen und nach olympia das wäre ein neues unentdecktes gebiet ich nehme das als navi erstmal an aber bevor wir starten werde ich die ganze sache noch erst mal mit dem schnell reise genau abkürzen eugene schnell reise genau kostet zwar ein bisschen geld aber das ist ja nicht das problem das problem ist jetzt dass ich diese fahrt mit euch sozusagen überspringen werde also vor spulen nicht überspringen nächste pause in sechs stunden die haben momentan kein auftrag ja noch nicht aber bald so so auf jeden fall werde ich die ganze fahrt mal vor spulen ihr könnt mir einen kommentar berichten ob das gut so ist dass ihr nur die ergebnisse seht und die ganze fahrt werde ich euch trotzdem zeigen indem ich halt vor spulen versteht wie ich meine somit kann man mehrere aufträge gleichzeitig machen also nicht gleichzeitig aber auf jeden fall mehrere aufträge auf einmal machen und das schlafen ja das werde ich natürlich option gameplay das schlafen werde ich erstmal für diese fracht ausstellen müdigkeit simulation weil die weil ne wegen verspätung gibt es kein geld mehr gut lang gerettet kurzer sinn da werde ich das mal einfach so machen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gibt es hier was? Nein, das ist das Schild. Standard. Da gibt es nichts besser. Der erste Level ist irgendwas. Hier. Ab Level 7. Die Sitze an sich kann man nicht ändern. Ja, dann ist es so. Inter was? Oh. Ab Level 10 schalten wir das nächste frei. Okay, das ist alles nur Spielereien. Nur irgendwo. Ab Level 6 gibt es wieder ein neues Getriebe. Und einen neuen Motor. Sehr gut. Dann werden wir den hier erstmal verbessern bis Level 14. Behalten wir den. Auf jeden Fall. 100 Produzentdeko. Vielleicht noch höher. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke mal, das ist okay so. So, dann kann man noch hier kleine Spielereienchen machen. Ja, aber das müssen wir das machen. Ich glaube immer weniger. Den Tank kann man auch erhöhen. Das machen wir auf jeden Fall. So, und dann nochmal wieder rein. Den Tank einfach erhöht. Erhöht. Das ist ganz gut, dass es geht. Das funktioniert. Das hat zum Beispiel ETS 2 nicht. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Roadmaster. Ich weiß nicht, was das alles hier bedeutet. Lass ich mal lieber die Finger davon. Hier kann man noch kleine Spielereienchen machen. Also Veränderung. Hier kann man noch kleine Veränderungen machen. Da sieht doch richtig schnicker aus. Guck mal. Oh, voll gut. Da mega aus. Hammer. Hammer, was man hier alles machen kann. muss aufpassen wegen dem Geld. Single Bottom Single Oh, ja da sehe ich mich. Okay, das wird selber. Hier nichts. Hier kann man glaube ich noch die Stufen verändern. Lackiert S13 Ja Hier ist noch nichts freigeschaltet. Kann ich mit leben. Hier kann man wenn man das möchte. Ja, komm. Wenn wir schon mal dabei sind. Horn Wir haben Hupe. Wir brauchen kein Horn. Die Hupe reicht. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Das war anscheinend alles. Oder? Was ist das? Könnte so Art Spiegel sein, ne? Brauchen wir nicht wirklich? Nö, nö. Brauchen wir nicht. Okay. Also langsam aber sicher kommen wir voran. Wir bestellen das und dann ab zur nächsten Fahrt. drinnen konnte man glaube ich nichts machen, ne? Falls doch, dann Pech gehabt. So. Ähm. Auf, auf zum nächsten Auftrag. Jetzt haben wir wieder einen neuen Auftrag. Oder wie ist das jetzt? Egal. Ähm. Wenn wir dann nach Eugena teleportieren müssen? Ähm. Nein. Äh. Warte mal. Äh. Da war auch Schnellreise. So. Eugena Schnellreise kostet ein bisschen Geld. Aber das kriegen wir wieder rein. So. Dann würde ich mal sagen. Wir hören uns dann. Fahrt vorsichtig. Gleich wieder nach der Fahrt. Fahrt like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in her we wanna chase the night wanna dance to the light pour us from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild now the morning is the afternoon we lay awake so loud as the hours pass we're gonna do it all again we wanna chase the night wanna dance to the light pour thoughts from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be we're gonna we're gonna be two hearts running wild moon Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, angekommen. Fast Level 6. Gut, wir haben 10.000 VR gemacht. Knapp 40.000 haben wir. Ja, falls euch die Folge gefallen haben sollte. Aufträge haben wir demnächst dann wieder. 16.300. Oh, sehr gut. Das könnten wir dann als nächstes machen, wenn es noch verfügbar ist, los dahin. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ähm, hallo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr neu bist auf meinen Kanal, gerne abonnieren. Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge hochgeladen wurde. Und gerne ein Like da lassen, falls diese V-Spul-Fahrt euch gefallen haben sollte. Und ob ihr mehr solche Fahrten sehen wollt. Ne? Gerne an die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, Ciao mit V, Ciao mit Ö. Euer Diesen. Tschüss. Tschüss.